Die zwei Prüfe sind extrem abwechslend gewesen. Beide Prüfe. Abwechslungs. Hoi, ich bin Triana Derle. Ich bin im ersten Lehrjahr als interaktive Mediedesignerin beim Koller-Team. Bei uns hast du die Wahl zwischen zwei Prüfe. Entweder kannst du Grafiker oder Grafikerin werden oder wie schon erwähnt interaktive Mediedesigner oder Designerin. Die Voraussetzungen für diese Prüfe sind eine gute Vorstellungskraft, Sinn für Farbe und Formen und eine gute Kommunikations- und Teamfähigkeit. Du lebst bei uns Sachen wie zum Beispiel Logo-Gestaltung, Foto- und Videobearbeitung, der Umgang mit der Kamera zum Fotografieren und Filmen und Animation. Vom Plakat bis zu den Webseiten gestaltet man eigentlich alles. Ich habe mich für die Prüfe entschieden, weil ich wusste, dass ich richtig Design gehen will und ich so meine Kreativität ausleben kann. Beide Prüfe sind extrem abwechslungsreich. Ich weiss, das hat jeder, aber bei uns stimmt es. Mir gefällt es hier beim Koller-Team, weil ich schon selbstständig arbeiten kann, obwohl ich erst im Meisterlehrjahr bin und dass ich herzlich aufgenommen wurde im Team. Das Koller-Team gibt seit 30 Jahren und besteht mittlerweile aus 14 Leuten. Einmal im Jahr mache ich mir einen Schnuppen-Workshop, wo du unsere Agentur und die zwei Prüfe kennenzulernen kannst. Wenn auch du dich für diese Prüfe interessierst, melde dich doch beim Koller-Team. Ja. Soll ich sagen, melde dich doch. Melde dich doch. Melde dich doch. promoted das Kurzrefe. ление